herzlich willkommen auf meinem kanal money mafia heute mit einem dividenden update und dementsprechend natürlich auch ein rückblick auf das jahr 2022 und die dividenden einnahmen des zurückliegenden monats dezember 2022 und ich kann euch noch mal sagen es ist super spannend geworden ich hatte ja ein ziemlich hohes ziel würde ich fast mal behaupten am anfang des jahres gesetzt von 2000 euro dividenden einnahmen das war ja dann auch irgendwann schon relativ eindeutig dass ich das nicht mehr erreichen werden würde aber ich hatte ja so ein mindestziel in höhe von 1400 euro da bin ich dazu gekommen weil ich ja mal ein video gemacht habe wo ich gesagt habe wie ich innerhalb von sieben jahren zum einkommensinvestor werden möchte da bin ich von so einer verdoppelungsstrategie ausgegangen was eine relative milch mädchenrechnung ist aber solange es noch aufgeht behalte ich das erstmal bei und da habe ich von 1400 euro gesprochen und selbst dass da ende november schon mal gar nicht mal so gut aus als wenn das klappen würde aber wir schauen uns das gleich mal ein bisschen genauer an wo es zu es gleich kommt und möchte abschließend dann auch mit euch noch mal ja einen kleinen ausblick auf das nächste jahr wagen und auch vielleicht so ein bisschen die bedeutung von den gesamten einnahmen die ich hier in diesem monat über dividenden gesammelt habe warum das vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen und auch so ein bisschen aus dem blickwinkel des positiven einkommens und ja was das einfach mit einem macht und da starten wir natürlich erstmal klassischerweise mit dem ersten titel und zwar ist das service corporation da habe ich sechs euro und 60 cent an dividenden bekommen für die die jetzt neu dazugekommen sind und sich fragen ja warum ist hier rot warum ist das schwarz markiert alles was rot markiert ist da sind entsprechend steuerabzüge drauf weil mein freistellungsauftrag überschritten wurde dieser freibetrag den wir ja von 801 euro im letzten jahr hatten und der jetzt ja auf 1000 euro angehoben wurde und da eben 35 aktien von service corporation haben wir 6 euro 60 im dezember eingebracht dann meine beiden etf sie ich besparen einmal den msci world da sind das 61,1 anteile ungefähr die mir 8 euro 50 eingebracht haben beim msci emerging markets 78 anteile die 8 euro und 59 cent eingebracht haben dann gehen wir schon weiter auf den nächsten titel 3m ich glaube dazu muss ich nicht so viel mehr sagen das sind 10 euro und 53 cent dann 1 euro und 67 von nike bekommen bei sieben aktien und dann hat mir hier wirklich ein bisschen auf gut deutsch den arsch gerettet 165 euro und 25 cent von costo shipping da habe ich 835 anteile gehabt und ja das lief auf jeden fall sehr gut zwar ziemlich unerwartet also costo shipping habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger im depot und die sind jetzt nicht so ein regelmäßiger dividendenausschütter dann haben das jahrelang erstmal nicht gemacht und hatten eine ausschüttung dann wieder lange nicht also so ein hin und her das ist jetzt kein klassischer dividendentitel würde ich sagen aber das letzte jahr lief natürlich echt stark und haben wir auch hier diese ganze diskussion die wir in deutschland hatten mit dem einem hamburger hafen terminal also ein teil von einem hafen terminal da wurde ja gekauft da gab es ja riesen bromborium und das sind ja quasi diejenigen die das da gekauft haben und ja bin ich natürlich hier recht glücklich gewesen über diese 165 euro zucker die ich da bekommen habe dann imperial brands der gerettenhersteller sollte auch glaube ich jeder kennen 60 anteile haben mir da 24 euro und 61 cent eingebracht und realty income 5 euro und 4 cent das sind 27,8 anteile und das macht für den monat dezember dividendeneinnahmen in höhe von 230 euro und 79 cent sodass ich am ende des jahres auf eine dividende in höhe von 1502 euro und 97 cent gekommen bin was mich mega mega glücklich macht auch wenn dieses ursprüngliche ziel von 2000 euro nicht zustande gekommen ist kann ich rückblickend sagen hatte ich vor einem jahr noch 977 euro im dividenden eingenommen im jahr 2021 ist das hier schon mehr als 50 prozent quasi eine steigerung und ich glaube das ist echt nicht von schlechten eltern und bin ich auf jeden fall echt glücklich und das ist jetzt so ein bisschen so der rahmen für das was ich mir im nächsten jahr vorgenommen habe das schauen wir uns aber gleich so ein bisschen genauer an wie gesagt 1502 euro damit bin ich immer noch 100 euro über dem was ich theoretisch auf meinem ziel zum einkommensinvestor innerhalb von sieben jahren erreichen möchte und das wären 1400 euro gewesen von daher super super froh und er muss natürlich auch glücklicherweise sagen dass mich der kosko shipping ein bisschen rausgerissen hat aber rückblickend lief das ja glaube ich auch gar nicht mal so gut ich war auch relativ stark in russische aktien investiert und da habe ich mir auf jeden fall einiges erhofft das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so der ausgleich gewesen weil da hätte ich auf jeden fall über gasform look oil et cetera echt noch richtig viel dividenden eigentlich wenn die welt so weiter gegangen wäre wie sie zuvor weiter gegangen war erzielen können aber gut es hat nicht sollen sein schauen wir mal weiter nach vorne und wie gesagt mit 1500 zwei euro bin ich glaube ich echt richtig gut dabei jetzt schauen wir uns auf jeden fall noch das passive einkommen genauer an und zwar wenn wir uns da den dezember anschauen dann sehen wir hier natürlich die 230 euro 79 über dividenden dann 6 euro und 17 cent bei mintos also alles was jetzt kommt sind quasi peer to peer plattformen da habe ich auch immer einzelne videos zu gemacht bondora go and grow sind das in 19 euro 68 da habe ich ja extrem stark nach investiert das hat glaube ich angefangen so im august ungefähr da habe ich immer 400 euro jemand eingezahlt also das was man maximal eintragen kann und einzahlen kann monatlich dann bei estate guru 20 euro und 31 cent dann habe ich ja quasi jetzt auch vor kurzem ersten video wieder gemacht das möchte ich euch hier oben auch verlinken zu lande da kann man in agrarkredite investieren da ist jetzt bisher noch nichts warum bekommen aber das ist so ähnlich wie es bei estate guru zum beispiel ist wenn man da startet da werden eben die zinsen nicht monatlich oder so zurückgezeigt gehabt das sind keine kurzläufigen konsumkredite sondern wirklich langläufige häufig 12 18 24 monate teilweise sogar noch länger laufzeiten und da das ist dann vielleicht mal halbjährlich oder alle drei monate dass man da entsprechend rückzahlung erhält dann eben ein video zu swapper wo man aus meiner sicht die höchste rendite und die höchsten zinsen am p2p markt für konsumkredite erzielen kann da habe ich jetzt tatsächlich im ersten monat auch schon 80 cent eingenommen das video möchte ich euch natürlich hier oben auch verlinken das habe ich auch vor kurzem erst gemacht also schaut da gerne rein und vorbei und last but not least income marketplace ja einige sagen das ist der mintos killer ist aus meiner sicht auch sehr interessant hat auch den fokus auf konsumkredite aber mit entsprechend besonderen sicherheitsmechanismen wenn euch das auch interessiert weil ihr seht ja schon ich habe echt schon ja nicht schlecht verdient also 2,95 euro für im ersten monat das kann sich auf jeden fall blicken lassen wenn euch das auf jeden fall interessiert verlinke ich euch hier oben auch normal das video zu income was ich vor kurzem erst hochgeladen habe schaut euch die videos gerne im anschluss an dieses video an und das macht dann eben entsprechend hier 280 euro und 70 cent an passivem einkommen im dezember 2022 und 1872 euro 68 cent im gesamten jahr und das ist glaube ich super stark also ich bin richtig glücklich wenn man das auch mal so sieht wirklich diese ausmaße was man in einem jahr wirklich schaffen kann weil ich habe ja diese reise quasi 2019 ungefähr angefangen und wenn man merkt wenn man sich da wirklich darauf fokussiert und weiter arbeitet weiter investiert was man da wirklich alles erreichen kann ist glaube ich echt krass und wie wir es jetzt zum beispiel rückblickend sehen können in dem spalte differenz vor jahresmonat habe ich eigentlich immer eine steigerung außer hier in zwei monaten gesehen das ist glaube ich extrem stark ich habe jetzt hier auch mal eine spalte drin gehabt die ich für mich privat immer auch drin hatte und zwar prozent von fixkosten ich habe so wirklich fixkosten kann man sagen in höhe von 1250 euro das kann ich euch auch gleich noch mal ein bisschen genauer aufschlüsseln wenn euch das interessiert und das ist natürlich super motivierend wenn wir uns hier mal anschauen wenn ich sehe wie viel prozent ich quasi an passivem einkommen in diesen entsprechenden monaten verdient habe und wie viel das dann tatsächlich von meinen fixkosten ist weil das ziel aus meiner sicht sollte ja mal sein durch diese passiven einnahmen seine fixkosten irgendwie zu decken indem man dann eben danach die möglichkeit hat den themen im leben nachzugehen die einem wirklich wichtig sind und dass man da nicht mehr so sehr aufs geld achten muss das ist zumindest eines meiner langfristigen ziele und ja 1250 euro ich weiß nicht für den einen mag das viel sein für den anderen mag das wenig sein ich würde mal fix mit euch mein budget durchgehen wenn euch das interessiert ich wohne quasi mit meiner freundin zusammen beziehungsweise meiner partnerin und wir haben quasi ein gemeinschaftskonto wo wir immer 800 euro im monat darauf zahlen da sind alle kosten drauf und drin für miete essen und tanken das machen wir jetzt eigentlich schon länger und das hat sich bisher auch eigentlich erprobt da bleibt auch immer eigentlich noch so viel übrig dass wir davon auch noch in urlaub fahren können teilweise also beziehungsweise einen flug buchen können oder ein hotel buchen können also das geht recht gut 800 euro das passt ganz gut jetzt natürlich gucken vielleicht mal 50 euro mehr zu überweisen aufgrund der gestiegenen kosten die wir einfach haben aber 800 euro ist glaube ich ja kein schlechter wert dann der zweite punkt ist berufsunfähigkeitsversicherung das ist hier extrem hoher wert vielleicht für den einen oder anderen 231 euro bei mir liegt das ein bisschen daran dass ich ja kampf sport betreibe und dadurch so einen aufschlag habe und noch viel schlimmer gesundheitliche probleme habe große was heißt große also ich für mich ist jetzt kein großes problem aber was entsprechend risiko zuschläge bedeutet also ich habe auch richtig lange probleme gehabt überhaupt erst mal eine berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen bin am ende auch ganz froh dass ich überhaupt eine bekommen habe mit den entsprechenden aufschlägen die ich hier natürlich leider dann zahlen muss aber gut so ist es nun mal im leben dann habe ich hier jeden monat zehn euro die ich in ein sparbuch überweise für meine parten kinder für die zwillinge von meinem besten kumpel schade zu ihnen und ja das mache ich auf jeden fall richtig gerne da probiere ich auch und denke auch dass ich das erhöhen möchte seit momentan geht das auf ein sparbuch und da kommt dir nicht wirklich was bei rum da ist eigentlich die idee dass ich das auf ein depot übertrage und dann dort ja ein etf bespare oder sowas ich glaube da wird dann langfristig glaube ich ein bisschen mehr bei rum kommen weil mit diesem langen zeithorizont dann weitere versicherungen in höhe von 38 euro und 49 cent also haftpflicht hausrat ja diesen klassiker die da und alles rum kommen 38 euro 49 im monat ist jetzt vielleicht auch nicht das allergünstigste aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem berater den ich da habe dann ja basketballverein ich mache auch die ein oder anderen videos zu so rare mba schaut euch das auf jeden fall auch gerne an wenn euch das interessiert denke ich mal eine ganz interessante möglichkeit da auch passives einkommen zu generieren und ja hier muss man eben mitgliedsbeitrag im verein bezahlen 19 euro 50 ich mache ja auch kampfsport da bin ich tatsächlich auch im verein eingetragen aber das ist über eine familienmitgliedschaft nicht tatsächlich von meinen eltern noch gezahlt werden also von daher muss ich das hier nicht nicht zahlen und ist das auch abgedeckt dann 9 euro 99 über spotify ich glaube das haben auch die meisten wahrscheinlich unter uns dann noch 100 euro das ist ein bisschen sonstiges das geht auf so ein separates konto wo ich auch noch konto führungsgebühren bezahlen muss was mich immer so ein bisschen abfuckt aber gut das ist jetzt aktuell noch mal leider so und in diesen 100 euro ist natürlich nicht nur konto führungsgebühren drin glücklicherweise sondern da ist eben mein erstes konto was ich quasi hatte und da sind noch so ein bisschen kosten drauf wie zum beispiel gewerkschaftsbeiträge oder adrc mitgliedschaft aber dass man da eben gelben engel anrufen kann wenn man mit seinem auto mal liegen bleibt autoversicherung wenn euch das hier fehlte bei dem thema wo ich das gerade anspreche habe ich tatsächlich nicht weil ich persönlich kein eigenes auto habe sondern wir das auto von meiner von meiner freundin nutzen also es quasi in ihrem besitz und ich nutze es eben ab und zu nur mal und dann um hier auf diese 1250 euro zu kommen die hier oben eben auch angenommen habe die dann quasi die prozentual zu diesen werten führen habe ich einfach noch 40 euro und 48 für konsum hinzugefügt man muss sagen oder ich muss sagen ich gebe eigentlich nicht wirklich viel für konsum aus wir gehen kaum essen ich glaube wenn ihr das essen essen würde was ich zubereitet dann würde auch niemand essen gehen ich möchte mich jetzt mal ein bisschen selbst loben also kochen kann ich glaube ich gar nicht mal so verkehrt sollte man glaube ich auch als italiener das liegt verfernig in unseren gehen von daher essen gehen sehr sehr selten eigentlich gar nicht ich wusste jetzt gar nicht im letzten jahr wo man immer richtig essen gegangen ist außer im urlaub natürlich und leidungsgegenstände ich bin also wirklich ziemlich minimalistisch das sind dann häufig auch eins zu eins tausche also wenn man einen schuh abgelaufen ist dass man dann sich mal einen neuen holt momentan bin ich so ein bisschen dabei da aufzuräumen und habe das eigentlich immer für wirklich eine richtig lange zeit entsprechend garderobe bin da wie gesagt ziemlich minimalistisch kann das eigentlich aufzählen an keilungsstücken was ich habe also da geht eigentlich auch nichts groß rauf und mit freundentreffen also wenn ich sowas mache dann machen wir das häufig bei freunden selber also das heißt bei bei uns zu hause bei denen zu hause und dann spielen wir irgendwelche spiele zum beispiel oder wir kochen zusammen und solche sachen also bin ich jetzt nicht so dass man irgendwie rausgeht und aktivitäten macht da bin ich vielleicht ein bisschen langweiler aber ja weiß nicht das gibt mir nicht so viel irgendwo in ein restaurant zu gehen weil es ist dann laut das essen schmeckt einem dann vielleicht nicht so gut oder es ist eben ja wie in großküchen nur mal zubereitet wird vertraue ich mir nicht so nicht so voll und auch hat überhaupt keine ruhe und keine privatsphäre und das ist mir eigentlich relativ wichtig muss ich sagen und ja sonst irgendwelche anderen aktivitäten also ich bin jemand ich mache gerne diese youtube videos ich beschäftige mich gerne mit finanzen ich mache gerne sport und alles andere darüber hinaus gibt mir nicht so wirklich viel und von daher muss ich es nicht machen und ich habe viel viel mehr sinn und erfüllung in den sachen die ich mache ich höre gerne musik deswegen natürlich auch spotify also das gibt alles was ich habe macht auf jeden fall für mich sinn und ich brauche darüber hinaus nicht bin vielleicht langweiler aber so bin ich nun mal lasst mich da auf jeden fall eure meinung gerne zu unten in den kommentaren wissen wie dieses budget im vergleich zu euch aussieht bezahlt ihr mehr monatlich bezahlt ihr weniger ich denke mal und ich hoffe mal für euch dass ihr weniger für eure berufsunfähigkeitsversicherung zahlen müsst und dann wollen wir natürlich noch einen kurzen ausblick aufs nächste jahr wagen denn da habe ich natürlich auch schon meine tabelle angelegt gehabt ich habe hier auch schon den ersten ja wert auch die ersten dividenden reinbekommen aber hier soll es ja erst mal um das ziel gehen und da habe ich erst mal großkotzig 3000 euro angegeben das wäre dieses thema mit dieser verdoppelung hat ja im letzten jahr leider nicht so ganz funktioniert auch natürlich dem geschuld dass da ja ein großer block an russischen werten in die ich nun mal gespart und investiert hatte irgendwie ja ausgefallen sind da muss man gucken ob ich das irgendwie einholen kann noch in nächster zeit das lief jetzt nicht so 100 prozent ideal aber ich sag mal so ich glaube eine 50 prozentige steigerung wie wir jetzt gesehen haben ist auf jeden fall sehr gut möglich gewesen hat ja im letzten jahr auch geklappt gehabt da würde ich so bei ungefähr 2200 euro landen um diese verdoppelungsstrategie mit in sieben jahren einkommens investor zu werden was ich das video hoffentlich irgendwann gleich noch mal verlinken werde da wären 2800 euro nötig gewesen also das wäre natürlich echt gut wenn ich das hinkriegen sollte aber so das mindest kleinste ziele sind so 2200 euro dividenden und das wäre glaube ich gar nicht mal so verkehrt das ist auf jeden fall mein ziel für das nächste jahr ich werde auf jeden fall weiter investieren weiter am ball bleiben und hoffe dass ich da weiter meine ziele erreichen kann lasst mir auf jeden fall gerne eure ziele wissen wie lief das zurückliegende jahr 2022 bei euch habt ihr eure ziele erreichen können bei dividenden passiven einkommen und was sind vor allem eure ziele fürs nächste jahr würde mich auf jeden fall enorm interessieren unten in der video beschreibung lasse ich euch auch meine affiliate links zu den p2p plattformen da die sind aus meiner sicht sehr spannend wie gesagt natürlich keine anlageberatung schaut euch diese videos die ich dazu gemacht habe auch gerne noch mal vorher an dann könnt ihr ja mal gucken wenn ihr euch aber da anmelden möchtet dann würdet ihr auf jeden fall den kanal und die arbeit hier auf diesem kanal enorm unterstützen wenn ihr diesen affiliate link nutzen würdet denn dadurch würde ich auch eine entsprechende begünstigung erhalten und auch ihr erhaltet spannende vorteile bei den unterschiedlichen plattformen die ihr wenn ihr euch einfach nur so anmeldet nicht bekommen würdet von daher macht das unbedingt aus meiner sicht eine win-win situation für uns alle würde mich auf jeden fall enorm freuen und ich lasse euch auch unten den affiliate link zu dem broker da den ich selbst nutze und zwar ist das shred republic da hat ja auch momentan eine sehr spannende aktion sag ich mal wo man zwei prozent zinsen auf sein festgeld bekommt was man eben auf dem verrechnungskonto liegen hat und das wird sogar monatlich ausgezahlt also super spannend ich glaube kein anbieter kann das in deutschland aktuell schlagen macht das auf jeden fall und wenn ihr euch auch da anmeldet müsste es auch immer noch aktuell sein dass ihr eine aktie im wert von bis zu 200 euro kostenlos nach der anmeldung erhaltet und wenn ihr das machen würde würde wie gesagt die arbeit hier auf meinem kanal wirklich enorm unterstützen dafür vorab schon mal vielen vielen dank und natürlich auch ein recht herzliches dankeschön für die ganze unterstützung und support den ich im letzten jahr erhalten habe ich möchte auf jeden fall weitermachen diese videos und hoffe dass das für euch auch den einen oder anderen mehrwert bietet seid auf jeden fall gerne gespannt und ich freue mich wenn ihr weiterhin auf meiner reise zum einkommens investor dabei seid lasst euch abschließend hier noch eine video empfehlung und eine playlist von mir einblenden wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal ciao ciao